Alter. Du kennst ja dieses so... Und toll, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute geht es mal wieder ums Schrauben. Und es geht um ein Problem, was nicht der Johnny hat, sondern sein Moped. Erzähl doch mal, was war los? Ja, ich war auf dem Weg nach Hamburg, schön auf der Autobahn mal gefahren. Und ja, auf einmal war die Leistung weg. Und ich rollte nur noch. Bin ich auf dem Startstreifen gefahren, runtergeschaltet. Auf einmal hatte ich wieder Leistung. So, da dachte ich mir so, hm, Getriebe. Dann habe ich schnell herausgefunden, dass der zweite Gang noch ging. Der erste war weg, da konnte ich mich reinschalten. Der Leerlauf war auch weg. Mhm. Der zweite ging, der dritte ging noch, der vierte hat gerasselt. Und der fünfte ging noch. Der sechste war quasi Leerlauf. Warum ist das so? Meine Vermutung ist, dass sich irgendwelche Stellmechanismen kaputt gegangen sind, die die Ritze richtig aneinander stellen. Das hat sich jedenfalls irgendwie angefühlt. Aber wir haben ja beide keine Ahnung. Richtig. Wir haben noch jemanden mit Ahnung im Hintergrund, den wir fragen können. Und wir wollen heute, ja, quasi eine kleine Serie starten. Blocki schraubt. Und seine Honda NSR 125R versuchen wieder fit zu machen. Und das Problem zu beseitigen. Heute soll es erstmal darum gehen, hier ein bisschen Platz zu schaffen. Und dann, ja mal gucken, ob wir einen Fehler finden. Auseinander schrauben. Mal reingucken. Ja, so wollen wir heute anfangen. Wir nehmen euch mit. Und ich denke mal, das werden ein paar mehr Videos werden. Je nachdem, wie aufwendig das sein wird. Und sonst was noch so kaputt geht, ne? Richtig. Was wir noch so kaputt machen. Was wir noch kaputt machen, ja. Man kriegt ja auch immer Tourette beim Schrauben. Ja. Ja, dann ist einfach mal so der Spiegel weg. this time ss! Freedom chase us! Hoschi! 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 also probiere ich mal ich weiß ja nicht ob mein ständer bei dir passt haben wir eigentlich einen behälter wo die ganzen schrauben sortiert reinkommen ja natürlich haben wir das wir sind super vorbereitet dass du mich fragst weil ich kenne mich ja hier auch kaputt also hier ist die schraube und die ist halt im reifen und eigentlich wenn sie normal steht kann man ja den lenker einschlagen und wir haben daran verstehst jetzt schon mal problem weil es ja vorne aufgebockt ist ja ich verstehe dein problem das ist schön ich versuche jetzt generell dein problem zu lösen ja dass die nichts ausmacht nämlich den problemlöser immerhin nicht ich habe ein ständer zwischen den beinen endlich meine endlich wasser dick ist so johnny was hast jetzt gemacht ich habe die schrauben hier gelöst von der verkleidung ja und nach den splint und die andere schraube gelöst und jeder abgenommen wird wir da erstmal besser ankommen ja für kleidung muss ab bevor du irgendwo ran willst muss erst mal ausziehen da kennt man ja alles dieselben schrauben die eine ist von 97 97 zwei tag gerne richtig und wurde in italien gefertigt tatsächlich ist das hat die so an leistung also auf 125 mit a1 natürlich 15 ps wenn die gedrosselt ist man kann aber auch mit anderen steuer boxen ja die öffnen und dann hat sie irgendwas zwischen 27 und 34 ps so öl ablassen wer so das nächste ist deine wanne ich hole meine wanne bis dann ich wohl die wanne endlich steigt das niveau in diesem raum ach ich habe die batterie herausgebaut und trotzdem geht das licht ja das ist schon mal geil jetzt war ich nur so andere sachen leuchtet denn auch deine neutrale lampe das ist wahrscheinlich das problem was wir jetzt vorhaben was wir jetzt vorhaben wir wollen das motorenöl natürlich ein bisschen erwärmen damit das geschmeidiger rausläuft dafür muss ich erstmal anstrengen sie stand jetzt eine ganze zeit quasi seit wann war 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 das das problem ende letztes jahr also mehrere monate ja kommt ja ich habe fast angst dass er den nicht durch das aber ich kriege schritt auch noch nie gebraucht aber du bist doch was sie doch da auch an der links wieder angekriegt gibt ja ich bin damit zurückgefahren ja ich bin damit zurückgefahren aber neutral kriegst du gar nicht mehr rein oder ich glaube nicht so dass die lampe mal wieder angeht ich komme halt nicht mehr runter in den neutral also ja 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 Ich bin für Diesel Fahrverbot. Diesel, Wache, Hutes. Unbedingt. Ja, hier ist schon ganz schön dieselig drin. Dreifacher Suizid, ne, würde ich mal sagen. Aber ich find's geil, ne? Es gibt zwei geile Dinge. Also erst mal Kuchen, ne? Ja. Wäre so ein Küchlein essen hier. Ein Zweitakt Kuchen. Aber du bist jetzt quasi im Sechsten, ja? Ja, also höher kann ich mir das schalten. Ja, aber normalerweise würde ja am Sechsten sich das Hinterrad regnen. Richtig. Und das tut es nicht. Weil du kannst ja etwas weiter überzeugen. Ja. Und du kannst auch zu. Höher geht nicht. Ja, Kacke. Ha! Video zu Ende. Kacke. Es geht darum, dass es schön einmal durchflutscht. Ja. Einmal das System reinigen sozusagen. Wie das mal ein Aki-Mail trinkt. Ja. Es ist echt mal. Es ist echt, also holy shit. Aktiviert vieles bei mir, aber nicht die Abwehrkräfte. So, ich mach hier oben den Öleinfluss für den Öleinfüllstutzen. Habe ich geöffnet, damit der Luft nachziehen kann quasi. Den Luft? Den Luft, damit der Junge den Luft nachziehen kann. Und Johnny öffnet jetzt unten die Ölablassschraube, sobald er mein Energydrink getrunken hat. Ich meine, wenn wir schlau gewesen wären, hätten wir auch einfach mal einen Bergstand, bevor wir uns alles angucken können. Aber es wäre zu einfach. Du hast das für ein Bergstandbuch? Ja. Digga. Magst du das mal holen? Da steht alles drin. So, der Johnny hat jetzt mal das gute Montagebuch geholt. Weil wir anscheinend ein bisschen dämlich sind, die Ölablassschraube zu finden. Alter, ist das ein Wälzer. So, Batterie. Cool. Das gibt's bestimmt auch auf Deutsch, oder? Gibt's auf Deutsch? Oh. Tabla de Materias. Hoss. Hossa. Kraftstoffsystem. Motoreinbau. Motoreinbau. Wie weitest man die Ölablassschraube? Motor. Ja, beim Motor... Hydraulische Scheibenbremsen hinter der Rahmen. Das steht beim Motor drin. Ein bisschen komisch, ne? Wie heißt es mit Schmierung? Weil der Motor muss geschmiert werden. Du bist so klug. Der Kameramann ist ja das Intelligenz. Ja, der hat auch studiert. Was? Getriebeöl. Ja. Es geht ja eigentlich nur ums Getriebeöl. Richtig? Richtig. Bist du jetzt schon wieder im Englisch unterwegs? Ich... Ich seh noch nicht so ganz durch hier. Wie das... Wie das hier in der Staffel ist. Leute, wir... Logi-check nicht mal dazu. Ne, nicht so richtig. Wie soll das weitergehen? Ölbehälter. Getriebeöl. Ölprüfung. Ölwechsel. Jetzt mal an der Schule aufgepasst. Getriebeöl einfüll. Verschluss empfehlen. Das hab ich gemacht. Öl... Relativ. Öl... Öl... Was? Ölfang... Pfanne? Und der sagt, es gibt die Belegen. Haben wir gemacht. Ölablassschraube entfernen und das Öl aus... Ja, das ist ja super. Ja, das ist die. Ja, das ist die. Es ist nur eine Schraube hier angezeigt. Das würde die Ölablassschraube sein. Diese Fotos sind wirklich beschissen. Also wirklich von der Auflesung her grisselig. Viel zu kontrastig. Also das Schwarz da drauf ist halt Pechschwarz. Da ist keinerlei Zeichnung mehr. Wie der... Aber auch nicht von 2018. Würde eher sein die hier, oder? Ja, sie ist irgendwo mittig. Warte? Ja, sie ist doch da oben hin von der Schrift zu. Das ist die. Würde ich mal behaupten. Na dann. Schön. Es ist ja direkt... Also die wird es nicht sein. Das ist ja nur Dingsabdeckung. Das wird die sein. Abo. 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 Passt. Gott. Ich vermisse mein Dual Pixel Autofokus. Das scheint die Ölablassschraube zu sein. Aber es kommt Öl raus. Du bist so klug. Ja, ne? Hätte ich studieren sollen. Okay. Eins, zwei, drei. Alter. Das war so antiklimatisch. Ist das nicht so lang? Oh Gott. Das erkläre ich dir, wenn wir die Kamera aus haben. Also Doktor Floki. Was ist hier der Status Report? Ja, Öl kläckert gerade raus würde ich mal sagen. Hat fertig. Hat fertig. Es ist noch nicht am Abschütteln. Er kläckert noch. Ja, wollen wir selber versuchen oder wollen wir ins Büchlein gucken, wie wir den Motor aufkriegen? Dein Buch ist zu mir zu anstrengend. Ja, bau doch mal den Motor raus. Ist doch deine Karre. Ich finde, wir sollten erstmal darüber nachdenken, bevor wir Sachen unnötig machen. Also, wir haben festgestellt, um mal ins Getriebe zu kommen, müssen wir den Motor rausnehmen. Jedenfalls ist das unser aktueller Überlegens... Ja. Gibt's hier noch so eine tolle Explosionszeichnung, die wir mal hier einmal so zeigen können. So. Sieh's. Aja, leg dich auf mich drauf, du Lappen! Sieht leicht aus, oder? Ja, jetzt ist alles klar. Das ist so eine Feder, eindeutig. Die Feder... Das? Ne, das... Also, so wie sehe ich schon, dass das die Kupplung ist. Und die Kupplung sitzt am Getriebe, das gibt ja auch Sinn. Aber... Da haben wir uns aber was vorgenommen. Da kommen wir ran, ohne dass wir den rausbauen. Guck mal, siehst du, das ist eine Decke. Ja, aber er hat den Motor da auch in der Hand, ne? Nein, das ist der Deckel. Der Motor ist auch hier drin, siehst du doch. Da hast du sogar noch einen Teil vom Rahmen. Den hat er nicht ausgebaut, wie du siehst. Das heißt, die Arbeit ist im Rahmen. Ja. Also... Müssen wir den Motor doch nicht ausbauen. Der Aufwand hält sich im Rahmen, ja? Oh Gott, dammit! Oh, Butter! Der war schlecht. Dankeschön! Ja, das haben wir. Kraftstofftank entfernt. Ja. Das kannst du wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, deswegen kriegt ihr das beide und ich nicht. Das Ding hat einen Halter für den Motor. Ich werde wahnsinnig. Ich bin Tank. Das meine ich ja. What the fuck? Ich kenn's noch, weil der abnimmt einfach und fertig ist. Ja, aber hier ist der... Hier kommt das Zweitaktöl rein. Ach, den muss man öfter hochmachen, dass man natürlich Sinn dann den... Kühlverschluss abnehmen. Sein Mann. Komm! Okay. Drehen. Dreh. Dreh. Zieh. Tropf. Tropf. Ja, also Füllstand würde ich jetzt nicht bemängeln. Ist voll, sagst du das. Ja, jetzt wird's interessant. Durch Abtrennen des Wasserschlauches Zylinderwasserpumpe. Ach, der! Kühlmittel aus dem Zylinder und dem Zylinderkopf ablassen. Ach so, er hat doch Angst, dass das hier gleich alles explodiert. Gib mir deinen Saftgefühl. Oh, ja. Oh, ist das schön blau. Wenn du den Schlauch kurz ein bisschen weg nimmst, dann läuft's auch nicht über den Schlauch. Oh, das riecht mich so nixig so, oder? Ja. Leute. Es wird ja nicht mehr sein, als die Wanne hergibt, oder? Nee. Oh. Öl und Kühlwesigkeit. Gemeinsam. Man gibt echt Dixi-Klo. Holy shit. Alter Verwalder. Weiß ich gar nicht dran. Hui. Riechst du's etwa aus? Ja. Es duftet. Bin mir nicht so sicher, wie sehr das jetzt gleich hier rauskommt. Oh, nicht auch recht lang. Ja. Ja, deswegen bin ich mir auch nicht so sicher, wie sehr das gleich hier rauskommt. Ja, hier ist ein kleines Loch. Ja, das könnte sehr weit fliegen, oder? Nee, ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Wir werden's gleich erfahren, wenn sie wieder einschalten. Ihhh. Alter. Ach Gottchen. Wow. Oh, wow. Das ist echt enttäuschend. Ist denn da oben noch was im Stand? Also, ist auf jeden Fall schon abgesagt. Also, hier ist oben jetzt nichts mehr. So. Flüssigkeiten haben wir jetzt erstmal entfernt. Ich denke mal, das reicht erstmal für die erste Folge. Wir haben zwei Akkus schon gekillt und, äh... Also, den Inhalt der Akkus gekillt. Und ich denke mal, schon genügend Material für eine erste Folge. Man muss sich da auch erstmal ran passen. Ich hab mir alle tot, oder? Zum Glück haben wir dieses tolle Buch. Das könnte noch interessant werden. Jetzt haben wir Kühlflüssigkeit abgelassen. Getriebeöl abgelassen. Und, ja... Ist jetzt auch schon recht spät. Der kleine Johnny muss ins Bett. Und, äh... Das war's denn jetzt für diese... Du sollst nicht vorm Schlafen gehen, nicht mehr Energy trinken. Hast du schlechte Träume. Nee. Das war's dann für diese Folge. Nur schlechte Träume, wenn du da drin wirst. Dann würde ich mal sagen. Hau rein. Grüß die Enten. Und... Tschüssi. Tschüssi. Achso. Tschüssi. 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 Hm. Hm. Du hast so eine gewisse Alexi-Bexi-Art an dir. Outtakes. Hm. Gehst du mit dem Rücken anfang? Bist du behält? Alter. Hinter dir ist so... Ja. Denn Johnny hat ein Problem. Und das ist heute mal nicht er selber, sondern sein... Sein Moped. Moin Leute. Willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht's mal nicht um irgendein Problem, das ich hab, sondern um das Problem von Johnny. Erzähl mal Johnny. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Ich liebe dich. Ich hab noch keinen gesehen, ey. So kein Typ mehr. Oh. So daneben ist wie du, ey. Schön aus meinem Energy-Trink getrunken. Ja. Jetzt hab ich keinen mehr. Jetzt kann ich keinen mehr trinken. Weil du mit deinem... Aber dafür hab ich jetzt herbissen. Moin Leute. Willkommen... Du bist so kacke, Alter. Du kannst dich jetzt mal zusammenreißen. Oh mein Gott, das ist ne Leiche. Was? Was? Da steht ne Leiche auf Kopf. Ja. Oh mein Gott, der ist ein Mörder. Die Warthose. Er dachte ja, wir tun ihn nicht. Das wär so behindert, ohne Leiche zu... Jeder würde denken, seine Warthose ist. Bis auf den Berliner. Ich hab's geschaut. Fingern. 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 Wo kannst du eigentlich ein Fingern fingern? Nö, ich hiel mich hier so gut. Das ist voll wie Sand. Ist so recht. Ähm, ja. dass du vor sich draufsteht danger da kannst du das mal ja das ist so viel steht da ich werde das video schreibt hey es war der vordere schlauch nein das ist das falsche nein mach ihn nicht mal stopp pause ich hab doch pause gesinkt it's your turn it's your turn to apologize to pull the scheiss it's your turn it's time to pull the scheiss it's time to make a change of your kühlwasser jetzt gleich kommt der geysir der katarakt wird sich ergießen also ich kann noch nicht blut in diese pfanne wir wissen es auch nicht also flüssigkeit wird kommen vielleicht haben wir schläuche wechselt das wird schon wird schon feucht hier wenn man mit seinem gerät ein bisschen rum stochert irgendwann wird es feucht und dann flutscht der gummi auch so wie wird es auf du bist doch noch warmer so 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 so